so guten morgen zusammen ihr wisst ja neuer tag neuer shop es gibt auch direkt informationen was die aufgabe betrifft setzte gebäude in brand ich habe das ganze jetzt noch mal ausprobiert gerade aber bei mir hat immer noch nicht gezählt ich weiß einige haben die aufgabe anscheinend doch schon hingekriegt warum auch immer ich kann es euch nicht sagen bei dem einen hat es funktioniert mit einer tankstelle in die luft jagen der andere hat ein haus angezündet der andere hat einen bogen gemacht aber ich kann immer nur sagen bei mir zählt leider noch nicht ich habe die anderen aufgaben für die die schon geschafft haben schon hochgeladen gerne reinschauen wenn ihr ein bisschen support da lassen wollt und ich würde sagen wir gehen aber gerade in den shop rein und denkt dann irgendwann wird die sache schon gepächt also irgendwann wird schon irgendein mitarbeiter mitkriegen irgendwas ist das schief gelaufen so ich würde sagen wir gehen auch direkt rein in den shop da haben wir einmal das pokiegemut zurück aber kurz in eigener sache wenn ihr natürlich noch support da lassen wollt gern creator code eintragen yt unterstrich familie grüße gehen an jeden einzelnen raus so dann gehen wir ganz schnell durch also einmal pokie im mutis wieder zurück dann adeline mit passendem rücken was zwar und dann propeller stelle dann für das sens flieger es gibt weiter importe dann bissiger tauchhaus wieder zurück dann kleiner mampa dann laserbeißer viel zu teuer und der himmelsjäger ebenfalls wieder zurück und die propeller aber die bewegt sich nicht also irgendwie langweilig so des weiteren ist die turm spezialisten wieder da schöner und dann night rider mit passendem rücken aus zwar und dann ich mag sie überhaupt nicht die pickaxe nicht wegen schwitzern aber weil sie jeder spielt egal zu welchem skin zu wird einfach gespielt also das ist die der goldschläger schon deutlich besser weil es wenigstens passt so weiter dann haben wir den eiszapfen wieder mit drin und dann mutige haltung und ruf zur schlacht sodann das stillschweigen paket ist jetzt komplett bei mir ist natürlich komplett auch für euch noch zu haben kostet insgesamt 2000 wie bugs ist eigentlich komplett in ordnung mit der pickaxe der tarnung ist okay sagen wir mal so dann das sonnensoldaten paket ist auch noch komplett drin dann ist sturm durch paket ebenfalls noch komplett drin und ihr seht schon komplett neu das cyber infiltration paket so soll zusammen 2200 wie bugs kosten was bekommen wir dafür ziemlich viel aber ich glaube die wissen schon die skins kommen nicht bei jedem gut an also es sind insgesamt drei skins und das für gerade mal in anführungszeichen 2200 wie bugs ist eigentlich schon günstig bezahlt für jeden skin praktisch 3 sind 600 700 wie bugs pro skin eigentlich sogar noch weniger weil er halt das rücken zwar noch dabei ist aber das auch bei vielen anderen schon dabei also für 700 wie bald knapp ein skin ist eigentlich okay aber ist natürlich auch wieder reine geschmackssache so das war das und wie gesagt aufgabe habe ich eben noch mal nachgeguckt hat bei mir leider auch nicht gezählt immer noch nicht so dann gucken im straffnummer schnell rettet die welt müssen eigentlich heute mal wieder wie mags zu sein oben also rette die welt auch keine wie mags weiter und in dem sinne würde ich sagen ich mache mich dann auf den weg auf die arbeit euch noch viel spaß beim spielen und in dem sinne haut rein